Was verdammt machen wir mit Halloween? Wir feiern eine Party. Meine Eltern finden es nicht raus? Versprochen. Leute! Es sieht aus, als ob die Außerirdischen menschliche Haut als Raumschrift-Treibstoff benutzen. Ich möchte aber nicht zu Treibstoff werden. Das bedeutet Krieg. Das kann nicht euer Ernst sein. Ihr wollt also tanzen. Sam, hier! Untertitelung des ZDF, 2020